Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Kurs über Funktionsuntersuchungen. Wir hatten es ja im letzten Video bereits mit dem notwendigen Kriterium für Extrempunkte zu tun. Das lautete folgendermaßen, sei f von a, b nach r eine Funktion, die an der Stelle x0 Element a, b, also in diesem Intervall hier, in diesem offenen Intervall ein lokales Extremum besitzt. f sei an der Stelle x0 differenzierbar, dann gilt für die Ableitung f' von x0 ist gleich 0. Wenn also ein Hoch- oder Tiefpunkt vorliegt, dann muss die Ableitung an dieser Stelle 0 sein und wir wollen jetzt mal die möglichen Extremstellen einer Funktion bestimmen mit Hilfe dieses Kriteriums. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben uns das Beispiel mal überlegt, f von x ist gleich ein Drittel x hoch 3 minus 5 halbe x² plus 6x. Bei f handelt es sich um eine ganz rationale Funktion, sprich Polynomfunktion dritten Grades und wir wollen jetzt einmal schauen, wie wir hier mit Hilfe dieses notwendigen Kriteriums die möglichen Extremstellen finden können. Wir bilden zunächst die Ableitung f' von x. f' von x ist also nach den entsprechenden Ableitungsregeln, wir haben ja Summenregel, Differenzregel und Potenzregel. 3 mal ein Drittel x², also x² minus 2 mal 5 halbe x, also minus 5x plus 6. Und wir setzen diese Ableitung hier gleich 0. An dieser Schreibweise hier scheiden sich so ein bisschen die Geister. Eigentlich müsste man hier schreiben f' von x0 gleich 0, weil man ja diejenigen x0 sucht, für die die Ableitung gleich 0 ist. Wir können ja hier nicht gleichzeitig schreiben f' von x gleich 0, wenn f' von x in Wirklichkeit x² minus 5x plus 6 ist. Ich will jetzt hier mal nicht so streng sein, weil die meisten Schüler sich inzwischen diese Schreibweise hier angewöhnt haben und auch in vielen Lehrbüchern sie verwendet wird. Etwas besser wäre allerdings f' von x0 gleich 0 hier an dieser Stelle zu schreiben. Aber sei es drum, wir schreiben es da jetzt mal so und f' von x gleich 0 bedeutet natürlich äquivalent x² minus 5x plus 6 gleich 0. So, dies ist eine quadratische Gleichung, die man sehr leicht auflösen kann mithilfe der pq-Formel oder mithilfe von quadratischer Ergänzung. Das solltet ihr noch aus der 9. Klasse können. Wir brauchen also jetzt hier nur die pq-Formel anzuwenden und stellen dann fest, als Lösung ergibt sich x gleich 2 bzw. x gleich 3. Wer es nicht glaubt, der setze einfach mal 2 bzw. 3 hier in die Gleichung ein und dann stellt ihr fest, das sind tatsächlich die beiden Lösungen. Die noch etwas fortgeschritteneren aus der 9. Klasse von euch können auch den Wurzelsatz von Vieta zur Überprüfung nehmen. 2 mal 3 ist ja 6 und 2 plus 3 ist 5, also das Negative hier von dem p. p ist ja hier gleich minus 5 und q gleich 6 ist dann das Produkt eben dieser beiden. So, das heißt, die möglichen Extremstellen sind 2 und 3. Wir wissen natürlich jetzt noch nicht, ob das wirklich Extremstellen sind. In diesem Fall sind es tatsächlich Extremstellen, aber wir müssen noch ein hinreichendes Kriterium für Extremstellen entwickeln aus folgendem Grund. Es kann ja auch Folgendes passieren. Wenn wir uns diesen Graphen einmal anschauen, das ist also der Graph der Funktion f von r nach r mit x wird abgebildet auf f von x definitionsgemäß gleich x hoch 3 und bei dieser Funktion, die als Term eben x hoch 3 hat, da haben wir tatsächlich hier im Nullpunkt eine waagerechte Tangente, das heißt die Ableitung hier an der Stelle 0 ist gleich 0. Trotzdem liegt hier weder ein Hoch noch ein Tiefpunkt vor, sondern wir müssen hier die ganze Zeit klettern, können hier mal kurz verschnaufen, ja, und müssen dann aber wieder auf diesem Plateau, müssen dann aber wieder hier weiter klettern. Und obwohl die Ableitung 0 ist, liegt hier weder ein Hoch noch ein Tiefpunkt vor. Man spricht in diesem Fall übrigens von einem Sattelpunkt. Und um sicherzugehen, dass ein Punkt mit waagerechter Tangente tatsächlich ein Extrempunkt des Graphen einer Funktion ist, benötigt man sogenannte hinreichende Kriterien. Und wir wollen in den nächsten Videos ohne Beweis einmal zwei hinreichende Kriterien für Extrempunkte anwenden auf Beispiele, um zu zeigen, dass man tatsächlich damit ganz sicher sagen kann, ob Hoch- oder Tiefpunkte vorliegen. In der Regel kommt man mit diesen hinreichenden Kriterien bei Polynomfunktionen, sprich bei ganz rationalen Funktionen, auch ohne Probleme aus.